So, wir befinden uns jetzt hier in meiner kleinen Kfz-Werkstatt, nenne ich es, ist einfach mal so hier, ne? Hier ist meine neue Werkstatt. Hier haben wir eine Wandtafel sozusagen, wo wir dann die, ähm, die ganzen Missionen machen können, hier desbezüglich verfügbare Aufträge. Das variiert ein wenig, ähm, da können wir desbezüglich dann immer nochmal hier Gefängnisauftrag, das Super-Dollar, äh, Deal und der Kontrolleinheitsjob. Diese ganzen Sachen wechseln, äh, ich hatte, glaub, vorn im Stream, hatte ich da schon ein paar Sachen gemacht, hab, ich weiß nicht, ob ich das ist, beziehungsweise nochmal was separat aus einem Video rausnehmen und dann nochmal separat hochladen oder so, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn dann das bestehen sollte an diesen Aufträgen oder so, können wir gerne das in die Kommentare reinschreiben. Hier haben wir noch eine Liste, sag ich jetzt mal so, an Fahrzeugen, äh, irgendwo, waren die, ach hier, äh, liste exotischer Fahrzeuge, die gesucht werden. Ähm, allerdings bin ich mir jetzt gerade etwas nochmal überfragt, wo die nochmal, ähm, ähm, naja, nochmal hin sollte, sag ich jetzt mal so, als im Gespräch, wo die dann abgeliefert werden sollen. Da muss ich mich nochmal informieren, wo die abgeliefert werden müssen. Ja, und ansonsten ist das halt hier so meine kleine, aber feine Werkstatt, ne? Und, ähm, ja, momentan steht bis jetzt hier nur mein Einser-Golf drin, könnt ihr mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Und, ähm, ja, ich habe noch einen Einser-Golf unter anderem, der nicht so aussieht wie dieser hier. Ähm, ja, also von daher, ähm, ja, so. So, hier könnten Kundenaufträge sozusagen reinkommen, äh, die wir dann halt jetzt bezüglich, um da unser quasi, unseren, unserer Werkstatt bisschen zu, sag ich jetzt mal, ähm, ja, halt zu verwalten, ne? Ne, nehme ich es jetzt einfach mal so, da könnten Kundenaufträge rein. Und hier kommt quasi mein eigenes, persönliches Fahrzeug rein. Also in Vila-Vitza. Also wenn ich so eine Halle in Vila-Vitza, alter, ich bräuchte keine Wohnung mehr. Ich würde mir hier eine Chill-Area hinmachen, alter. Ne, hier irgendwo, hier eine Couch, Fernseh-Dingsbums, da hier oben oder so. Oder hier nochmal so ein Doppel-Doppelgeschosser hier draufbauen. Und dann wäre das hier auf jeden Fall saftig. Naja, gut. Ähm, ja.